Beachten Sie bitte die geltenden Arbeits- und Umweltschutzvorschriften. Für die Montage von GFK sind Schrauben, Unterlegscheiben, Edelstahlhülsen und Mutant zu benutzen. Unterlegscheiben und Edelstahlhülsen sind zu empfehlen. Um Schäden an den Schrauben zu vermeiden, müssen diese vor dem Einsetzen eingefettet werden. GFK verhält sich bei der Montage ähnlich wie Stahl, ist aber nicht so hart. Deswegen sind Bohrungen und Auflageflächen zu schützen. Bei Verbindung von zwei GFK-Teilen beidseitig Unterlegscheiben verwenden. Die empfohlenen Anzugsdrehmomente sind einzuhalten. Anzugsdrehmomente finden Sie in der Vorgabentabelle von Fiberline. Ein einfacher Drehmomentschlüssel genügt. Beim Verschrauben von Treppen spezielle Unterlegscheiben verwenden. Fiberline empfiehlt Nachziehen von Schraubverbindungen nach maximal 12 Monaten. Drehend nach 2 Monaten. Alle, die wir können zwischen 1 TonTI und 3 Jahren prerendieren. Drehend nach 3 Monaten. Drehend nach 3 Monaten. Drehend nach 3 Monaten.